Musik Komm, wir müssen Joy retten Alter, wie schön die das designt haben, ey Dann rennt man hier so durch Ey, das ist unglaublich Oh, da kann man übrigens nicht rein Wir müssen das jetzt mehrmals durchspielen Oder bis wir irgendwann einen Speedrun schaffen Alter, guck mal, wie gut das sogar aussieht Ey, das ist ja Oh, wo gehst du denn hin? Achso, äh Ja, ich komm zu dir Ich glaub, bei mir geht's weiter Richtig Achso Meinst du, hier ist wieder irgendwas? Ah Der Larvenball Hey, May Hey, May May, komm hier Hey, May, hey May, komm hier Hey, May Springen und werfen Ich zieh' ich ab Achso Die kriegt direkt mehrmals auf die Fresse Hä, wie dumm, Alter Du kriegst hier halt alle viel eher als ich Hä, stimmt doch gar nicht Nee, jetzt treff ich grad überhaupt nicht, Alter Die Richtung geht ja gar nicht Ich bin immer zu spät, Alter Nee, das geht gar nicht, die Richtung Die andere Richtung war easy Hey, gar nichts mehr getroffen am Ende Ja, irgendwie war komisch, ne? Ja Die andere Seite war cool Die war cool Die war cool Die hat mir wirklich gefallen Achso, geh doch einfach drauf Ich geh hier nicht drauf Schön den Mund aufmachen, mein Fräulein hier Oh Was ist das denn für einer? Lul Äh Äh Geht der scheiß wie los? Oha Oha Oh was? Da ist ja noch einer Aua Hä, Lul Ich hab ihn Da kommen Kleine Vorsicht Ich halte das Schild wieder Scheiße Au Ich hab das Schild Egal, ich muss weg Ich muss weg Sehr schön Ja, Leute Wollen wir mal ein paar Pläne So, dass die Zombies live Streams machen Ach du Scheiße Die Kleinen, die gehen mal richtig auf den Sack Oh nein, komm nicht weg Nein, ich komm nicht weg Oh mein Gott Rette dich Irgendwie So Schild ihn Schild ihn Ja, warte Okay, gut, warte Es sind zu viele Kleine Ja, die kommen immer wieder neu Wir müssen ihn besiegen Ja, ja Okay, ich muss weg Schild ihn Nicht Alter, warum sind denn alle Akku auf mich? Oh, wir müssen ein paar Kleine wegkriegen Nein Oh, der Kleine blockiert mich Oh Gott Aua Okay, ich hab ihn Sehr schön Oh mein Gott Na, warte Nu Boah, ich glaub ich mach auch nur noch bis halb Hm, okay Wenn es okay ist Wie geht's? Ja Ja Kodi, was hast du gemacht? Anfangs habe ich schon eine Ahnung mit Rocket League Danke für dein Follow, Leon Wie süß Das ist so süß Aber eklig Aber irgendwie süß Was? Von Rocket League ist ein 2 GB Patch draußen? Ja, ist okay Ist schnell runtergeladen 4 Minuten Neue Season Oh Ich mach dann eh 5 Minuten Pipi Pause In der Zeit ist das runtergeladen Pipi Pause Ey, Leon Du musst du mit Marie spielen Oh ja Auf jeden Fall Hey und ich Kannst du mit drauf, ja Ne, aber ich Wird gerne Er hat gesagt Ich brauch nen Lift hier Als könntest du das beeinflussen Ah doch Ja, ich kann das beeinflussen Wie, aber wie Schön, dass du mich auch von tust Schön, dass ich dein Versuchsexperiment bin Hä? Ja, was machst du denn? Ich weiß Kann ich hier drauf? Spritz mich da einfach mal an Vielleicht klappt das doch einfach Ich hab halt hier irgendwas Aber ich kann Platzier's doch mal Sieht aus wie ein Spinne Warte mal Ach, ich muss hier hoch Achso Oh Okay, jetzt Okay Okay, okay, okay Jetzt, aber Jetzt, aber Jetzt sollte es funktionieren 20 Mal gestorben gerade Oh, ich miss Hiking in the forest Äh Äh Warte mal Irgendwas Okay, jetzt geht wieder Hat gerade irgendwie Komische Tonprobleme Dann schlaf gut Gute Nacht Sehr schön Oh Eine zweite Das ist meine Ja Guck mal Oh, wie süß Puschelig Wenn sie doch im echten Leben Auch so süß wären Ach, Leute Ich würde sie trotzdem töten Aber Alter, wie schön Das einfach ist Äh Ah Dafür ist das Was Oha Kann die nicht Ich Habe ich das an der falsche Stelle Achso Lul Oh, wie cool Alter Grounded Bitte, Leute Guckt euch hier was von ab Das ist das Epischste Spiel Überhaupt Hier Ultrakrass Ich habe noch nicht Ein Bug gehabt So, ne Ja Schnucki, die rennt Die unaufhaltsame Obwohl die Probleme Oha Hey Spidey Sieht aus wie Grounded Ne, also Ganz ehrlich Grounded Ist Dein Scheiß Gegen, oder Also Also Wenn Grounded So wäre Wäre das Episch Ich meine Klar Von Spielfeatures Ist Grounded Was ganz anderes Aber trotzdem Das wollen die ja nicht Einbauen Warum auch immer Verstehe ich nicht Wahrscheinlich Schauen dann zu schnell Von A nach Baby Alter, warum hänge ich mich Ich verstehe ich den überall auf Ich verstehe es nicht Na du Katschuh Achso 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 Das ist nicht sowas wie Entschuldigung Oder Oha Kaffee wäre geil Oha Nene Hä Das ist bestimmt Grounded Pass mal auf Das ist das Von der Machen Von Grounded Und die haben dann Irgendwann Das hier gemacht Ich bin ja so lost Ich guck die ganze Zeit Bei dir Ich guck bei dir Alter So lost I'm faded Dem 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 Wir wurden übrigens gerade getrennt Es ist einfach so Ultra sexy Da hoch Ach das ist das infizierte Gebiet Also ich kann bis hierher laufen Dann ist Feierabend Das ist infiziert Kannst du das abspritzen Mit deinem Wasser Oh ja Ah Das ist ultra geil Alter Oha Alter Musst du mir helfen Rüber zu kommen Ja Ich glaube jetzt hier irgendwie Oder Da Ah Ah Vorbei Haha Ich brauche ein besseres Auto eben Guck mal Geht's jetzt Hä Warte mal Jetzt snappt es aber auch wieder zurück Ah Achso Und jetzt ziehe ich dich Ah Kannst du jetzt springen Warte geht nicht Ah lol Alter Das ist der Wahnsinn Und es passiert halt alles so intuitiv Das ist so geil Oh nein Die Höhle gefällt mir ehrlich gesagt nicht mehr so Jetzt kommt Mama und Papa Jetzt kommt Mama und Papa Oh nein Es ist eine browne Widow Mach etwas Was willst du mir machen? Oh Gott Oh Gott Komm mit mir Geh weg Geh weg Oh Oh Ich verstehe es Sie ist ihre Mutter Oh Was eine schöne Familie Ja Es ist egal wie du dich definierst In dieser Spezies Die Wife Die Wife Die Wife Die Wife Die Wife Ah Das ist wahrscheinlich Warum sie sind so glücklich Dann Gut Haha Haha Ah lull Danke Mama Oh du miss Ich bin Mama Nee das ist too much Dann springst du einfach hier rüber Das hat Ultra gebockt mit den Oh Oh hier Ich habe eine Runde geholt Oh nein Man hätte das Dächer alle Ich hole die nächste Runde Alter Okay ich hole die wieder runter Sehr schön Nächste Okay Ich kann nichts machen Hey du musst kämpfen Äh nein die kann ich nicht machen Achso Es ist ein schönes Mal sein Köpfchen zu benutzen Und davon habe ich Auf jeden Fall genug Ey wir können die auch einfach töten Ja Ja Die Blumen Vor allem dein Dein komisches Kinder Du musst mich beschützen Mach ich Kommt doch alle Leute Guck mal hier mit dem Valorant Skills Hier gar keine Chance An die Bin ich ehrlich Wahnsinn Gar keine Chance An die Wir können Okay Komm mal Komm mal Komm mal Leute Valorant Das ist es halt einfach Ne Uh Da Next please The Cactus Ich bin mal gespannt Ob Defi gleich da ist Stellt er sich extra im Wecker Mit uns zu zocken Oh nein Ja Also es ging halt nicht rein Ich frage mich gerade wie das Spiel bloß 40 GB groß sein kann Ne Gibt es ja 2 Milliarden Maulwurf Gibt es ja 2 Milliarden verschiedene Models alter Und so viele Maps Dann so schön Ja Ich glaube die haben einfach alles richtig gemacht Die haben einfach alles richtig gemacht Oh ja Ja oder Äh Äh Oh Oh Böööö Böööö Ja ich sagte Sie haben meine Garten Aber ich habe sie weggebracht Klar Du hast es nicht Klar Okay Sie sind in der Nacht Aber nicht sie wachst Wir müssen nach ihnen Wenn wir sie wachst Wir sind Sch-sch-sch Just relax Okay? Move carefully. Alright, go ahead. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020